Oh 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 Was geht ab ihr geingeklubstiches herzlich willkommen zu diesem kleinen video hier Wie man schon im videotitel lesen konnte dreht es sich um einen designer Ich brauche unbedingt einen denn ich möchte einen neuen kanal banner und ein neues kanal profilbild machen Ich habe da auch schon so ein paar ideen die man da dann halt umsetzen könnte Woran man sich denn am besten fall dann natürlich hält Sonst ist eigentlich freie hand gelassen nur ich möchte halt gerne die ideen die ich dann so habe umgesetzt haben Natürlich wenn man dann irgendwie einen besseren vorschlag hat kann man den auch mit einbringen Also wenn ihr selbst einer seid ein designer da so ein bisschen kennnisse habt auf dem niveau oder Einen kennt dann meldet euch mal bitte sagt den typen dann bescheid schreibt mich an Und dann ja wenn wir dann mal kontakt aufbauen dann irgendwie keine ahnung über skype oder whatsapp was ihr dann so wollt Facebook twitter habe ich ja auch Und dann kann man sich da mal drüber unterhalten und dann mal gucken was dabei dann herauskommt Also ja kanal banner und einmal profilbild ein paar ideen habe ich und sonst ist euch halt Echt freie hand also ihr werdet auch nicht umgebracht wenn irgendwas nicht so aussieht wie ich mir das vorstelle Dann kann man da ja einfach mal in ruhe drüber reden Ich werde schon kein von euch umbringen Nein Ja Würde mich freuen wenn sich der ein oder andere meldet Ich meine im Grunde brauche ich natürlich nur ein Aber vielleicht kann der eine dann ja ein bisschen mehr als der andere Müssen sie mit man einfach mal gucken dann Also wenn ihr jemanden kennt oder selbst einer seid Meldet euch bitte würde mich sehr freuen Und dann spricht man sich hoffentlich auch den nächsten mal Und kann das dann zusammen angehen Tschüss Und dann 800 P-15 Smooth Subtitel